Ja, ich bin Chrissy Joy, ich bin Fitnessmodel und ich liebe natürlich den Sport, den Healthy Lifestyle, aber ich bin auch ein Lebemensch, ich bin kölsche Mädchen, von daher alles immer in Balance, genießt das Leben, bewegt euch trotzdem noch umso mehr, wenn ihr viel feiert und dann wird das immer alles in einem guten Lifestyle bleiben.